Tag! Endlich haben wir Informationen, die offiziell von EA und DICE kommen, wie es mit Battlefield 2042 weitergehen soll. Die ersten großen Content-Patches sollen erst im Sommer diesen Jahres kommen. Wann genau, ist auch noch unklar. Die Probleme von Battlefield 2042 sind ja nicht nur, dass zu wenig Content drin ist, sondern was sogar noch viel, viel wichtiger ist, der grundsätzliche Zustand des Spiels und natürlich sehr viele Game-Design-Entscheidungen, die einfach nicht richtig funktionieren. Und da will DICE jetzt als erstes ansetzen und so sehr es mich ärgert, dass der Content jetzt viel später kommt, muss ich sagen, ergibt das einfach den meisten Sinn. So schlecht der Release gewesen ist und so sehr es mich auch ärgert, dass dieses Game aktuell an so vielen Fronten versagt hat, umso mehr sehe ich das als einzigen wirklichen Weg, dieses Spiel zur Erfüllung seines eigentlichen Potenzials zu bringen. Sie müssen sich jetzt die Zeit nehmen und wirklich die richtigen Schritte machen, um das Grundspiel wirklich attraktiv zu machen. Und dann mit dem Feedback der Community kann das erste Jahr von Content mit einem soliden Fundament ausgerollt werden. Leider muss man als Spieler dann halt im Notfall in den sauren Apfel beißen und halt eben warten und das Spiel auf Eis legen, bis die ersten richtigen Patches kommen. Am allerwichtigsten finde ich, dass sie die Community direkt mit einbeziehen wollen und auch transparenter sein wollen. Das heißt also, dass man nicht wieder wochenlang nichts hört und keine Ahnung hat, was eigentlich geplant ist. Auch wenn jetzt keine neuen Maps kommen, gibt es zumindest eine gute Nachricht bezüglich der alten Maps, denn die werden überarbeitet. Hier ist ganz klar das Feedback der Community angenommen worden und es ist hier klar die Rede davon, dass die Maps mehr Deckung bekommen und weniger offen sein sollen. Das Gunplay der Waffen soll auch stetig weiter angepasst werden und das sollte auch auf jeden Fall, denn aktuell spielt sich das Spiel ja doch eher wie Call of Duty und die Balance ist sowieso völlig für die Tonne. Kommen wir zu dem vermutlich am meisten diskutierten Thema in diesem Spiel, die Spezialisten. Es wird sich was an den Spezialisten ändern, leider ist aktuell noch nicht so hundertprozentig klar, was genau DICE ändert, aber ich vermute, es wird auf den Vorschlag hinauslaufen, den ich und viele andere von Anfang an gemacht haben. Spezialisten sollen echte Klassen sein und können demnach nur das Klassengadget benutzen, das auch zu ihrer Rolle passt. An sich haben die Spezialisten ja schon Klassen, leider kann aber jeder alle Tools benutzen. Und wenn ich dem Spieler die Wahl gebe, ob er lieber einen Raketenwerfer haben möchte oder einen Repair-Tool, dann wird er höchstwahrscheinlich im Regelfall eher den Raketenwerfer wählen. Wenn ich ihn aber damit einschränke, dass nur bestimmte Spezialisten den Raketenwerfer benutzen dürfen, dann wird die Wahl seines Spezialisten auch die Wahl seiner Gadgets beeinflussen. Somit hast du dann auch wieder mehr Teamplay. Natürlich wäre es den meisten Leuten lieber, die Spezialisten-Idee würde komplett weggeschmissen werden, aber seien wir ehrlich, das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren, denn DICE und EA setzen natürlich auch viel auf den Live-Service. Das Spezialisten-System ist so hart in dieses Spiel integriert, auch schon allein bei der finanziellen Planung, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass abseits von Portal eine Trennung von diesem Spezialisten-System stattfinden wird. Trotzdem glaube ich nach wie vor, dass auch dieses neue Konzept in Battlefield funktionieren kann, aber darüber können wir gerne ausführlich nochmal in einem gesonderten Video sprechen. Was sicherlich viele freut, was ja aber auch schon bekannt war, ist, dass ein Scoreboard kommen wird. Wie es final aussehen wird, das ist noch nicht ganz klar. Es ist aber allerdings bestätigt, dass es schon auch die KD anzeigen soll. Das fehlte auf den ersten Screenshots und es soll natürlich dann auch beide Teams anzeigen und nicht nur das eigene. Außerdem soll man ein transparenteres Spielerprofil bekommen. Es ist auch da noch nicht ganz klar, was es beinhaltet, aber ich setze jetzt einfach mal voraus, dass es auch Stats beinhaltet, denn mit Scoreboard und Stat-Tracking würde man dann endlich ein bisschen wegkommen von dieser Feel-Good-Mentalität, dem Spieler halt nichts zu zeigen, damit er sich keine schlechten Stats angucken muss, sondern mehr hin zur Transparenz der eigenen Leistung. Battlefield hat sowas früher auch nicht gehabt, Battlefield hat es auch nicht gebraucht und es soll auch bitte in Zukunft vermeiden, es jedem recht machen zu wollen und die individuelle Leistung und den Skill irgendwie irrelevant oder unwichtig machen zu wollen. Weiterhin wurde gesagt, dass auch Portal ein Bestandteil des Spiels bleibt und auch weiterhin Patches und Support bekommt. Leider gibt es hier aber noch keine genauen Infos, was zum Beispiel neue geplante Features angeht. Das Feedback der Community zu Portal ist hier aber auch recht einheitlich. Es würde mich also nicht wundern, wenn sie in den nächsten Wochen auch mietbare, feste Portal-Server ankündigen würden. Ohne die wird Portal wahrscheinlich auch weiterhin nur sporadisch genutzt werden. Des Weiteren wird Voice-Over-IP eingeführt, das heißt man kann sich dann über Voice-Communication mit anderen Spielern unterhalten. Meiner Erfahrung nach wird das in Battlefield zwar eher weniger benutzt, aber so ein Mode wie Hazard Zone hätte selbst, wenn er von Grund auf schon besser gewesen wäre, ohne Voice-Over-IP einfach gar nicht existieren können. Und auch für Portal-Mods könnte Voice-Over-IP durchaus relevant sein. Ich glaube zwar nicht, dass das jemals ein Feature in Battlefield wird, aber wenn man noch eine Proximity-Chat-Funktion reinbauen würde, könnte man sogar deutlich mehr Dinge in Portal machen. Zu Hazard Zone wurde gar nichts gesagt. Ich denke, das sollte aber auch absolut letzte Priorität sein. Ich glaube schon, dass ein Rework von Hazard Zone inklusive einem Free-to-Play-Modell für Hazard Zone durchaus sinnvoll sein könnte, wenn das grundsätzliche Spiel dann erstmal fertig ist. Denn ein Free-to-Play-Hazard Zone sollte in erster Linie wahrscheinlich ein Türöffner sein, um neue Spieler an Battlefield heranzuführen, um sich das komplette Spiel anzugucken. Aber wenn sie es clever machen, könnte natürlich auch ein Hazard Zone durchaus ein interessanter Modus sein. Was leider gar nicht angesprochen wurde, waren die Grafik- und Server-Performance-Probleme. Ich gehe davon aus, dass das auch Priorität hat, aber da es leider noch nichts Offizielles ist, und das ist leider etwas, was schon von Anfang an irgendwie so ein bisschen wegignoriert wird. Ich hoffe aber, dass sie natürlich an der Performance arbeiten, denn das müssen sie auf jeden Fall. Das sind natürlich erstmal eine Menge Infos, und natürlich macht das auch ein bisschen Hoffnung darauf, dass das Spiel besser wird. Ich persönlich finde, es zeigt zumindest schon mal, dass dieses Game auf jeden Fall nicht einfach fallen gelassen wird. Ich weiß, einige Spieler sind der Meinung, man kann dieses Spiel nicht retten. DICE und EA sollten es einfach lassen. Ich bin der anderen Meinung. Ich finde, sie haben es verkackt. Sie haben es auch gerade zu biegen. Sie haben das Gleiche mit Battlefield 4 damals gemacht, und das ist mittlerweile eins der beliebtesten Battlefields überhaupt. Und warum soll man das hier raus nicht machen? Als Spieler bleibt uns nichts anderes übrig, als jetzt abzuwarten und Tee zu trinken. Wer clever war und das Game schon refundet oder gar nicht erst gekauft hat, der kann sich dann vermutlich über einen Sale freuen, wenn das Spiel dann in einem besseren Zustand ist. Und ich hoffe einfach, dass sie allen, die das Spiel gekauft haben, etwas mehr anbieten als nur ein Skin-Bundle, denn das allein wird nicht reichen, um Leute zu entschädigen, die ein absolut fehlerhaftes Produkt gekauft haben. Wenn sie es hinkriegen, dass Battlefield 2042 im Laufe dieses Jahres wirklich zu einem soliden Spiel wird, können sie dann für die nächsten Jahre dieses Spiels supporten, von der Community das Feedback nehmen und ganz entspannt das nächste Battlefield nebenher machen, ohne dass das Aktuelle uninteressant wird oder kein Geld mehr abwirft. Wenn sie sich die Zeit nehmen, den nächsten Titel sauber rauszubringen oder wirklich Portal als dauerhaftes Battlefield-Modell einzubürgern, dann glaube ich schon, dass Battlefield weiterhin eine Zukunft hat. Ich rechne bei EA immer mit beschissenen Entscheidungen, aber ich freue mich natürlich trotzdem, wenn sie gute Entscheidungen treffen und zumindest die Ankündigungen an sich sind so sinnvoll, dass man als Spieler nachvollziehen kann, wohin die Reise gehen soll. Natürlich wird auch das vielen Leuten weiterhin sauer aufstoßen. Die meisten Leute werden sich wahrscheinlich wieder auf das Negative konzentrieren und weiter haten. Und selbst wenn das Spiel irgendwann mal fertig und das beste Battlefield der Welt sein wird, wird es immer Leute geben, die der Meinung sind, das Spiel ist tot, dumm oder man hätte es einfach einstampfen oder nie rausbringen sollen. Ich persönlich hoffe aber trotzdem, dass sie aus Battlefield einfach endlich das machen, was es schon von Anfang an hätte sein sollen. Und dann kann man vielleicht den Leuten auch endlich zum Kauf raten. Bis dahin heißt es geduldig sein, abwarten und sehen, ob sie wirklich halten, was sie hier versprechen. Erfahrungsgemäß tut sich Dice und EA damit natürlich immer ein bisschen schwer. Jetzt bin ich auf eure Meinung in den Kommentaren gespannt, denn ich habe euch jetzt wirklich genug zugeschwafelt. Ich bin der Kugelmagnet und man kann mich sogar abonnieren. Tschüss.